Ich grüße euch, wir kommen immer weiter hinein in den Herbst und umso zäher werden die Nebelfelder, das ist teilweise eine richtige Suppe, die sich da erstmal auflösen muss. Und das ist nicht nur für manche unschön, sondern teilweise auch recht gefährlich, vor allem im Straßenverkehr. Bitte achtet darauf, wenn ihr da in Nebelbänke hineinfahrt, dass ihr auch die Geschwindigkeit dementsprechend anpasst und achtet auf ausreichend Beleuchtung, sind alle Leuchten richtig intakt und ist der Scheinwerfer auch richtig eingestellt. Das ist ja auch teilweise sehr, sehr wichtig, dass man da andere Leute nicht blendet. Auch am Fahrrad beispielsweise sollte man da aufpassen und vernünftige Kleidung tragen, dass man sichtbar ist. Nicht so grau, wie ich jetzt heute. Gerne mal etwas knalligere Farben. Schauen wir aber jetzt mal aufs Wetter. Genug von den ganzen Tipps. Wir haben hier noch so ein bisschen die Reste der Luftmassengrenze vom Freitag. Die liegen hier noch und das ist doch eine sehr zähe Angelegenheit. Hochnebel, Nebel, ein paar Wolken noch dazu. Etwas dichtere Wolken ziehen auch an den Küsten lang. Da kann es vielleicht mal einen Tropfen Regen geben. Viel wird das aber nicht sein. Am freundlichsten ist es vom nördlichen Sachsen-Anhalt über Niedersachsen bis zum Niederrhein und auch in den südwestlichen Regionen oberhalb der Nebelgebiete. Vor allem am Oberrhein, Hochrhein, Bodensee, auch an den Alpen lang. Da kann es doch ziemlich trüb sein. Und wir sehen das hier auch in Bayern noch längere Zeit häufig recht trüb durch Nebel und Hochnebel. Und das Ganze, das muss sich erst mal am Nachmittag auflockern. Es wird an den Alpen recht lange dauern. Auf den Bergen natürlich Sonnenschein und teilweise auch am Oberrhein. Im Norden, ja, da werden die Wolken auch etwas dichter bleiben. Nur ganz selten aber mal mit Regen. Die Temperaturen dazu. Zum einen durch die kältere Luftmasse, zum anderen durch den fehlenden Sonnenschein. Im Norden bei ungefähr 13 bis 16 Grad. Im Süden nochmal, vor allem Richtung Rhein-Neckar, bis zu 20 Grad. Der Wind im Süden nicht so sehr spürbar, vor allem an den Küsten doch deutlich intensiver schon. Und hier dann die gefühlten Temperaturen mal im einstelligen Bereich etwas milder. Nochmal obendrauf bis zu 21 Grad.